Während der Bitcoin-Abgabedruck sich in der aktuellen Handelswoche stärker verschärft hatte, sehen wir, dass er am Wochenende nun nachgelassen hat. Daraus ergibt sich ein interessantes Bild, welches wir uns heute gemeinsam mit einigen Fundamentaldaten etwas genauer anschauen. Darüber hinaus beschäftigen wir uns auch mit einem neuen Bericht in Bezug auf den Bitcoin und seine zukünftige Entwicklung. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Marktupdate. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und noch am Freitag sahen wir einen relativ scharfen Abverkauf bis unter die Marke von 55.000 US-Dollar. Seitdem konnte sich der Bitcoin wieder etwas fangen, auch wenn er jetzt natürlich nicht übertrieben bullish dasteht. Aber zumindest der starke Abgabetrend der letzten Woche hat nun nachgelassen. Einer der Hauptkatalysatoren für diesen Abverkauf war vor allem eben auch ein stärkerer Abgabedruck aus den Bitcoins BodyDFs. Hier wurden nämlich allein am Freitag weitere 170 Millionen US-Dollar bzw. 3000 Bitcoin abverkauft. Auch bei ETH sahen wir wieder leichte Abflüsse von rund 6 Millionen US-Dollar. Im Allgemeinen sehen wir, dass der gesamte Kapitalabfluss aus den Spot-ETFs sich in der letzten Woche auf knapp 600 Millionen US-Dollar beläuft. Das ist der zweitgrößte Wochenabfluss der Geschichte. Also der Abgabedruck vor allem eben über die ETF-Produkte hat nun massiv zugenommen. Dabei sahen wir ein so extrem negatives Volumen, zuletzt im Jahr 2022, als wir eben in unserem vergangenen großen Bärenmarkt waren. Im morgigen Video schauen wir uns diese Funflows im Detail nochmal etwas genauer an. Seit dem 27. August sahen wir allerdings, dass vor allem in Bezug auf die ETFs mehr als 2 Milliarden US-Dollar abgezogen wurden. Das klingt jetzt viel, kann man vielleicht auch als viel betiteln. Auf der anderen Seite entspricht es nur rund 5% der gesamten Nettozuflüsse, die wir im Vorhinein gesehen haben. Interessant ist, dass vor allem die APs in Bezug auf den IBIT, also den BlackRock-eigenen Bitcoin-Spot-ETFs, weiterhin diese Abverkäufe absorbiert haben. So sehen wir auch in den letzten Tagen, dass kein Abgabedruck von den BlackRock-eigenen Bitcoin-Spot-ETFs ausgeht. Hier sahen wir jetzt in der gesamten Geschichte nur zweimal, dass hier wirklich eine negative Zahl dastand. Dabei beläuft sich der durchschnittliche Kaufkurs des Bitcoins in den Spot-ETFs, also nicht nur von BlackRock, sondern in allen Spot-ETFs, auf rund 58.600 US-Dollar. Und wir sehen aktuell das vierte Mal im jetzigen Jahr, dass wir unter dieses Niveau gefallen sind. Das heißt, die Bitcoin-Spot-ETF-Käufer befinden sich momentan durchschnittlich im Verlust. Auf der einen Seite sehen wir hier jetzt eben offensichtlich einen stärkeren Abgabedruck. Auch wenn viele von dieser eher passiven Stimmung momentan genervt sind, möchte ich dennoch noch einmal darauf hinweisen, während des Bullruns 2017 haben wir über 35 tägliche Rückgänge von 5% oder mehr gesehen. Also während des Bullenmarktes 2017 hat der Bitcoin mehr als 35 mal 5% an einem einzigen Tag korrigiert. Im aktuellen Jahr sahen wir das gerade einmal 12 mal. Dabei ist natürlich die jetzige Marktphase über die letzten 6-7 Monate sehr, sehr anstrengend. Und auch die Dominanz des Premiums auf Coinbase hat stärker nachgelassen. Noch zu Beginn des Jahres mit der Zulassung der Bitcoin-Spot-ETF sahen wir am Anfang, dass vor allem über Coinbase extrem viel gekauft wurde. In den letzten Monaten hat dieser Kaufdruck allerdings stark nachgelassen. Damit sich der aktuelle Bullrun also endlich wieder in die bullische Richtung entwickelt, sollte hierbei vor allem auch über Coinbase bzw. aus den Vereinigten Staaten eine stärkere Nachfrage kommen. Der Crypto-Quant-Analyst Kiyang ist der Meinung, dass es im vierten Quartal dazu kommen könnte. Zumindest ist das seine persönliche Einschätzung. Er sagte, wir befinden uns mitten in einem Zyklus und sind noch nicht in die Retail-Blase geraten. Das heißt, der Retail, der 0815-Investor, derjenige, der dich in einem halben Jahr anschreibt und fragt, Bitcoin ist ja bei 100.000, soll ich jetzt noch ansteigen? Diese Leute sind eben jetzt noch nicht im aktuellen Zyklus in den Markt gekommen. Und das sind eben meistens die, die den Kurs dann bis auf die Spitze treiben. Dabei kommt dieser Abverkauf natürlich nicht von ungefähr. Gerade in der letzten Woche ist die Rezessionsangst ja deutlich größer geworden. Auch das US-Notenbank-Mitglied Goldsby hat jetzt bekannt gegeben bzw. selber persönlich gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession steigen könnte. Wenn ein US-Notenbank-Mitglied das einsieht, ist es ein klares Signal für den Markt. Das Ganze ist keine übertriebene Sorge, sondern hier eben definitiv eine Möglichkeit. Und ja, der Bitcoin hat in der letzten oder in der aktuellen Woche besser gesagt schwach performt, aber der Nasdaq 100 hat beispielsweise die schwächste Handelswoche seit November 2022 erlebt und korrigierte um rund 5,9%. Auch der S&P verpfandelt viel um 4,3% und sah damit ebenfalls die schwächste Handelswoche seit März 2023. Also vor allem die traditionellen Märkte sahen in den letzten Tagen eine höhere Unsicherheit. Dabei hat der S&P verpfandelt und der Nasdaq jetzt den schlechtesten September-Start seit 23 Jahren verzeichnet. Ich habe euch ja bereits vor einigen Tagen gesagt, dass tendenziell die zweite September-Woche eigentlich die ist, die für die traditionellen Finanzmärkte problematisch wird. Jetzt sehen wir eben den schlechtesten Start in den Monat seit 23 Jahren. Und das geht eben auch nicht am Bitcoin unbeschadet vorbei. Natürlich sehen wir bei einem Absturz der Aktienmärkte dann eben auch, dass die Institutionellen ihr Kapital teilweise aus dem Bitcoin abziehen, alleine schon um den Margin Calls hier entgegenzukommen. Das Ganze wurde natürlich von einem Unternehmen begünstigt bzw. vorangetrieben und hierbei sprechen wir über Nvidia. Während Nvidia in der vergangenen Woche betont hatte, dass sie vom US-Justizministerium keine Informationen bekommen haben, dass sie untersucht werden, was für einen massiven Abgabedruck gesorgt hatte, hat das Unternehmen trotzdem in der aktuellen Woche einen Wert von rund 406 Milliarden US-Dollar zur Nichte gemacht. Das ist eine gigantische Summe und fast die halbe Marktkapitalisierung des Bitcoins. Beim Nvidia handelt es sich mittlerweile um eine der größten Technologie-Giganten, die dann natürlich auch massive Auswirkungen auf die Indizes hat, wie wir uns ja in den letzten Monaten ausführlich genug angeschaut haben. Der weltweit größte Chip-Hersteller für künstliche Intelligenz hat aber in den letzten zwei Wochen rund ein Fünftel seines Wertes verloren. Die Nvidia-Aktien schwanken innerhalb von 30 Handelstagen zwischen 90 Dollar und 131 Dollar. Wir sehen also, dass ein Asset, welches mit 3 Billionen US-Dollar bewertet ist, also 1,5 Mal höher als der gesamte Kryptomarkt inklusive Bitcoin, momentan extrem volatil ist und die realisierte Volatilität bei rund 80 liegt ungefähr viermal so hoch wie bei Microsoft und doppelt so hoch wie bei Bitcoin. Also Nvidia ist momentan volatiler als Bitcoin. Nvidia reißt damit den gesamten Aktienmarkt hoch und runter und hat dementsprechend natürlich auch Auswirkungen auf die Gesamtstimmung. Zudem gibt es momentan Unsicherheiten in Bezug auf die Entwicklung von KI, denn Nvidia baut natürlich groß auf KI auf. Goldman Sachs hat hierzu jetzt eine Grafik veröffentlicht, die man auf jeden Fall gut hinterfragen sollte. Ich habe gesehen, dass diese Grafik in den letzten Tagen von vielen Marktteilnehmern geteilt wurde und diese deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach ChatGPT zwischen April und Juni um 89% gefallen ist. Hierbei hat Goldman Sachs die Nachfrage bzw. die Aufrufe auf der ChatGPT-Mainpage getrackt und gesehen, okay, die Aufrufe auf der Hauptseite sind um 89% zurückgegangen. Für viele Marktteilnehmer ist das ein Hauptargument. Jetzt sieht man, ChatGPT ist gar nicht so gefragt und die KI-Bubble platzt. Und vielleicht stimmt das sogar, dass ChatGPT vielleicht weniger genutzt wird, wie wir uns allerdings in den letzten Wochen bereits angeschaut haben. Gibt es auch immer mehr Konkurrenz-KIs, egal von wem, egal ob man jetzt auf Facebook oder andere Technologie-Giganten schaut, alle erstellen hier ihre eigenen KIs, auch X hat mittlerweile eine eigene KI, und natürlich kann es sein, dass sich das Volumen von ChatGPT dann eben auch auf andere KIs ausgleicht. Das sollte man meiner Meinung nach bei einer solchen Grafik berücksichtigen. Wobei, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist diese Grafik sowieso nicht ernst zu nehmen. Warum? Goldman Sachs, einer der größten Banken überhaupt, hat in dieser Grafik einen riesigen Fehler gemacht. Das klingt jetzt übertrieben. Tatsächlich haben sie allerdings nicht berücksichtigt, dass sich die URL der Seite verändert hat. Stellt euch mal vor, ihr habt ein Produkt, welches unter der Seite www.x.com aufzufinden ist. Jetzt habt ihr einen riesigen Traffic, viele Leute kommen auf eure Seite. Jetzt sagt ihr, okay, wir ändern unsere Webseite, wir schalten sie von X auf Y um. Eure neue Webseite hat die URL www.y.com und natürlich werden die Nutzer jetzt nicht mehr auf x.com gehen, die alte Seite, sondern auf Y, die neue Seite. Und genau das hat ChatGPT mehr oder weniger gemacht. Sie haben quasi die Adresse geändert. Goldman Sachs hat hier allerdings nur die alte Adresse getrackt. Schaut man sich jetzt die blanken Zahlen, Daten und Fakten an, so ist das Suchvolumen nach ChatGPT in jüngster Zeit sogar noch angestiegen und nicht um fast 90% eingebrochen. Man muss das Ganze also hier im Big Picture betrachten und hier nicht nur auf eine Grafik schauen, die sich hierbei ja auf einen Datensatz konzentriert, der so als Alleinstellungsmerkmal nicht ernst genommen werden sollte. Trotzdem gibt es natürlich Unsicherheit rund um die Entwicklung von KI und auch ich kritisiere, dass eventuell viele Marktteilnehmer KI ein bisschen zu hoch hypen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es die Zukunft sein wird und dass es viele Vor- und auch viele Nachteile mit sich bringen wird. Doch ich glaube eben auch, dass viele Marktteilnehmer zu schnell denken und denken, dass eben von heute auf morgen dieser riesige Wandel stattfinden wird. Schreib mir deine Meinung dazu super gerne mal in die Kommentare. Gerne kannst du diesem Video auch kurz eine Bewertung dalassen. Einen Daumen nach oben, falls es dir gefällt und weiterhilft und gerne auch einen Daumen nach unten, falls es dir überhaupt nichts zu sagt. Auch wenn die aktuelle Marktphase jetzt natürlich sehr, sehr schwach aussieht, bleibt die langfristige Perspektive dennoch extrem positiv. Hierzu hat River einen neuen Bericht veröffentlicht, in dem sie prognostizieren, dass die Unternehmen in den Vereinigten Staaten ihr Engagement im Bitcoin in den nächsten 18 Monaten erhöhen werden. Hierzu haben sie sich historische Daten angeschaut und gehen davon aus, dass rund 10% der in den USA ansässigen Unternehmen in den nächsten anderthalb Jahren wahrscheinlich im Schnitt 1,5% ihrer Reserven in den Bitcoin investieren werden. Hierbei geht es eben darum, dass viele Unternehmen auf Cash-Reserven sitzen und natürlich Cash durch die Inflation immer stärker an Wert verliert. Daher nutzen auch viele Unternehmen Cash-Äquivalente wie Anleihen und Co. Hier geht River allerdings jetzt davon aus, dass eben 1,5% von 10% der Unternehmen hier auch eine Teilumschichtung in den Bitcoin vollziehen werden, was dann ungefähr rund 10,35 Milliarden US-Dollar entsprechen würde. Dabei denkt man sich das auch eben nicht nur so, sondern schaut sich die historischen Daten an und die Analysten von River haben hierbei eben herausgefunden, dass dies eben der aktuelle Trend ist. Sie betonen vor allem in Bezug auf die Anleihen, die oftmals als Cash-Äquivalente von den Unternehmen mit ins Portfolio genommen werden. Diese Investitionen können bescheidene Renditen in der Nähe des Leitzinses erzielen, derzeit über 5%. Doch selbst eine kurzfristige Investition übertreffen die Inflation oft nicht, was den Wert ihrer Reserve mindert. Wenn du also als Unternehmen hier Cash beiseite hast, einen Cash-Puffer aufgebaut hast, den du auf deinem Konto liegen hast, verliert er sowieso gegen der Inflation an Wert. Selbst mit Investitionen in Anleihen kannst du die Inflation langfristig allerdings nicht ausgleichen. Der Bericht stellte beispielsweise auch fest, dass die inflationäre Aushüllung auch dazu führte, dass Apple heute ein Billionenunternehmen in den letzten 10 Jahren 15 Milliarden Dollar seiner Reserven verloren hat, einfach weil sie hier das Geld nicht eben in einem harten Asset zurückgelegt haben, sondern in Cash und Anleihen. In Bezug auf Wachstum sehen wir hier einen Forecast, der im Worst Case predicted, dass wir im Schnitt rund 104 Bitcoin pro Tag sehen, die von den Unternehmen aufgekauft werden. Wie gesagt, das ist hier der prognostizierte Worst Case. Im mittleren Case sehen wir 356 BTC im Schnitt pro Tag und im Bull-Szenario 519. Und das klingt jetzt gar nicht so viel. Dabei muss man das Ganze, wie gesagt, langfristig betrachten. Und ein kleiner Hinweis ist hierbei vielleicht auch ganz interessant. Derzeit kommen im Schnitt rund 450 Bitcoin pro Tag neu ins Netzwerk. Die Hälfte dieser Bitcoin-Menge wird also selbst im Worst Case von diesen Unternehmen absorbiert, was einfach bedeutet, dass quasi die verfügbare Bitcoin-Menge, die ins Netzwerk kommt, noch stärker reduziert wird. Und dabei darf man nicht vergessen, dass wir eben vor April des aktuellen Jahres, also vor dem Halving, noch rund 900 Bitcoin pro Tag hatten, die ins Netzwerk gekommen sind. Vor 2020 oder dem Halving 2020 sahen wir sogar, dass 1800 Bitcoin pro Tag ins Netzwerk gekommen sind. Durch das Halving wird eben dieser Block-Reward immer um die Hälfte reduziert. Und während auf der einen Seite der Block-Reward beziehungsweise die Inflation des Bitcoins reduziert wird, steigt auf der anderen Seite die Nachfrage. Die Auswirkungen hierauf langfristig kann sich, glaube ich, jeder selbst ausmalen. Spannend finde ich hier vor allem auch in den historischen Daten, dass wir beispielsweise im Jahr 2021 und 2022 sehen, dass die Akkumulation hier im Bärenmarkt reduziert wurde. Jetzt gerade, obwohl wir ja wirklich eine Bärenstimmung haben, ist die Akkumulation trotzdem in ihrem Trend verhangen. Grundlage überhaupt für diese Annahme, dass jetzt mindestens 200 Bitcoin pro Tag im Schnitt von Unternehmen aufgekauft werden, ist selbstverständlich die Strategie von MicroStrategy, die nicht nur ihre Cash-Reserven im Hintergrund in den Bitcoin investieren, sondern darüber hinaus sogar auch noch vorrangige Wandelanleihen rausgeben, um damit weitere Bitcoin zu kaufen. Der jüngste Schritt war jetzt der Verkauf vorrangiger Wandelanleihen im Wert von 800 Millionen US-Dollar, die zu einem Zinssatz von 2,25% und einem Fälligkeitsdatum von 2032 zurückgezahlt werden sollen. MicroStrategy verwendete diese Mittel, um die Unternehmensreserven in Bezug auf den Bitcoin um weitere 11.931 Bitcoin aufzustocken. Und das möchte ich auch ganz klar dazu sagen, wir sprachen jetzt eben von einem Bearcase von 200 BTC pro Tag. Das heißt natürlich nicht, dass wir hier jeden Tag ein Unternehmen sehen, was sagt, jo, wir haben heute 200 Bitcoin gekauft. Hierbei kann man natürlich auch eine Woche oder Monate lang gar nichts sehen und dann eben solche großen Einzelkäufe, was dann eben den Schnitt im Bearcase von über 200 Bitcoin pro Tag beträgt. Das Unternehmen River geht davon aus, dass MicroSaler bzw. MicroStrategy mit dieser Strategie auch noch weitere Unternehmen anstecken wird, sodass diese eben nachziehen. Dabei ist MicroStrategy eben auch ein sehr gutes Vorzeigeunternehmen, das derzeit rund 226.500 Bitcoin hält, die zum aktuellen Zeitpunkt einen Gesamtwert von etwa 14,7 Milliarden US-Dollar haben. Ihre Strategie zeigt eben auf, dass man mit alleine einer Reserve-Strategie hierbei den traditionellen Finanzmarkt outperformen kann, allerdings vor allem eben die Inflation. Im Report wird beispielsweise auch noch verglichen, dass MicroStrategy seit der Einführung ihrer Bitcoin-Treasury-Strategie den Aktienwert um mehr als 1.000% steigern konnte, während die Aktie von Berkshire Hathaway, also von Warren Buffett, im gleichen Zeitraum um nur 104% angestiegen ist. Ich will das gar nicht kritisieren, auch 104,75% wie von Berkshire Hathaway im selben Zeitraum waren eine wirkliche gute Performance. MicroStrategy hier natürlich absolut outperformt, ist allerdings mittlerweile durch diese Wandelanleihen, die sie aufnehmen, eben auch ein Hebelprodukt geworden, da sie eben Schulden aufnehmen, um noch mehr Bitcoin zu kaufen, als sie eigentlich hätten kaufen können, wenn sie einfach nur die Cash-Reserven in den Bitcoin investieren. Man muss das Ganze also definitiv relativieren, langfristig sehen wir allerdings eine ziemlich gute Zuversicht. Momentan sehen wir bei den Institutionellen eine Verschnaufpause, gerade in der letzten Woche ist dies mit mehr als 600 Millionen US-Dollar ziemlich klar geworden. Im morgigen Video beschäftigen wir uns dann mit den wichtigen Daten der nächsten Woche, um herauszufinden, wie die Wall Street eventuell weiter agiert und ob sich der Abgabedruck der letzten Woche nun auch in den nächsten Tagen und Wochen weiter fortsetzen könnte oder ob es sich einfach nur um eine kurzfristige Korrektur gehandelt hat. Das heutige Video beende ich allerdings an dieser Stelle. Ich bedanke mich für den Support und die Unterstützung und würde sagen, wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Bis dahin, ciao Freunde.